Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. So, wir sind jetzt in die Gottloser Hauptstadt angekommen. Und jetzt schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Jetzt haben wir gerade eben eine Mimik getötet. Jetzt bin ich echt gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Müssen wir echt vorsichtig sein, weil hier gibt es so große Steinengel oder was das sein sollen. Die machen echt böse Aua. Okay, da ist schon mal einer. Äh. Ist hier sonst nichts gewesen? Das ist doch mein... Hä? Da bin ich doch wieder am Anfang jetzt, oder nicht? Na klar. Da bin ich doch gekommen von da hinten. Da gehen wir jetzt nicht runter. Irgendwas röchelt und kröchelt hier rum. Geht hier irgendwas? Oder hier? Nö, schaut nicht so aus. Gehen wir einfach mal hier weiter. Okay, hier geht es die... Treppe hoch. Warte mal. Okay. Oh, was ist das? What the fuck... ...is that? Oh, komm her. Man kann hier nicht backsteppen. Ist das für ein Scheiß. Schriftrolle von Logan. Sehr gut. Für Zauber wieder. Gut. Kann man dann wieder im Feuerbandschrein abgeben. Das ist ja schon mal gut, ne? Okay, da unten war der Sumpf. Giftfall. Giftfall. Geht es hier noch irgendwo weiter? Hier ist auf jeden Fall ein Dach. Hier ist auf jeden Fall ein Dach. Kann man da runter... Gibt es hier was? Aber ich glaube, hier kommt man bloß wieder rum, gell? Okay, ist jetzt lootmäßig hier nix? Nee. Da waren wir schon. Okay, dann gehen wir hier weiter. Gehen wir mal hier oben nochmal lang. Kann man da irgendwie rein? Aha, okay. Okay. Götter zu an. Okay. So, dann gehen wir mal wieder hier hoch. So. Oh, das hört sich da wieder gar nicht gut an. Leuchtfeuer wäre echt mal geil. Da würde sich der Papa freuen. Kerker von Ethreal? Hä? Ist das etwa ein Shortcut? Ist das ein Shortcut? Wer hieß, doch die große Riese bestimmt, oder? Jetzt warten wir mal. Wollen wir mal Luki-Luki machen. Ah. Hä? Wo kommt die denn hier jetzt? Alter. Jetzt zieht mir die ganze Energie wieder weg. Die scheiß Mistviecher. Die elendigen. Meine Fresse, echt. Schaut euch meine Energie an, Leute. Ich hasse diese Gegner. Die waren doch jetzt vorher gerade nicht hier. Verstehe ich nicht. So, da war es der Riese. Da ist aber ein... Den wollten wir sowieso legen. Schlüssel des Werters. Schauen wir mal, was das für ein Schlüssel ist. Schlüssel des Werters. Schlüsselring des Werters mit vielen Schlüsseln. Schlüsselring zum Kerker von Ethreal. Im Besitz des Gefängniswertes. Öffnet die meisten Zellentüren. Aus welchem Grund sie wohl eingesperrt bleiben. Schließlich sind sie nun geistlöse Hüllen. Oder einfach nur Kauderwelsch. Redende Naren. Okay, das glaube ich könnte nämlich beim Eingang vom Kerker von Ethreal sein. Da waren nämlich ein Haufen Zellen. Und die konnten wir ja nicht aufmachen. Ich schätze mal, das ist jetzt ein Schlüssel hierfür. Ja, bin ich jetzt durch die ganze gottlose Hauptstraße gegangen, nur um diesen Schlüssel zu finden. Ich werde auf jeden Fall mit den blöden Ratten unten wegschießen. Muss ich gar nicht verstecken, Vieh. Neee. Kommt man hier noch irgendwo lang? Gibt's denn da irgendwas? Kann ja nicht sein, oder? Gibt's hier keine Tür mehr? Keine Versteckte oder sowas? Alter. Alles Fenster. Geht nischt. Okay, ist schon mal gut zu wissen, jetzt haben wir schon mal den Schlüssel. Aber ich spring jetzt da noch nicht runter, weil in einer gottlosen Hauptstadt muss es doch eigentlich auch weitergehen. Ich hab da doch vorher noch was gesehen. So einen großen Übergang, so eine große Brücke. Hier war nix mehr. Geht da weiter. Gottlose Hauptstadt. Okay. Hier geht's runter. Da geht's hinten zum Sumpf. Hier ist ja oh nischt mehr. Das ist der Sumpf. Okay, da liegt auf jeden Fall Loot. Aber... Kann ich mich da irgendwo in Sicherheit bringen? Da drüben eventuell. Komm. Lass runterspringen. Bleistein. Ah. Rein hier. Oh mein Gott. Ich verliere immer noch Energie. So eine Scheiße. Bitte. Okay. Kommt der hier durch? Nein, nicht fressen. Bitte nicht. Man. Wafi. 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 W Norm. Kommt der hier durch? Hier is CSP. Ist er nischt? W 68Strim? Waa! Ist in Gang? Ist in Gang, ist irgendwas? Oh mein Gott. Ja, bitte. Okay, raus Nein Alter 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 Naja, bleibt mir nichts übrig, ich muss hier runter Ich muss gegen den Idioten dahinten wieder kämpfen Scheiße, ich hab keinen Bock gegen ihn zu kämpfen Oh, ist aber Ruhrenpuff So Diese Brücke Da hinten habe ich gemeint Wie komme ich zu dieser Brücke? Muss ich hier runterspringen? Ich weiß es nicht Ah, alles klar Da geht eine Leiter ganz nach oben Dann muss ich da irgendwie runterkommen Gibt's ja nicht So, das ist eigentlich gegenüberliegend, kann man jetzt sagen Das muss ich mal schauen Da muss man ja irgendwie hinkommen So, das ist die Leiter Gegenüberliegend Ungefähr So, das heißt Da ist die Leiter Alles klar Da hoch Und dann müsste man ja rein theoretisch da oben Aus diesem Fenster rausgehen können Probieren wir jetzt gleich mal Aber ich will jetzt erstmal rasten Genau, da ist die Leiter Okay Da ist so einer Der andere wird mir gleich entgegen geflogen kommen Keine Ahnung, wo der stand Ah, ich habe jetzt 30.000 Seelen, gell Könnte eigentlich wieder fast ein Level machen Ah, okay 7.000 fehlen noch Ja, gehen wir runter Boah, was ist denn Sag mal Das gibt's doch gar nicht, ey Dass die mich hier sehen Okay Hier geht's runter Da hinten ist so ein Das gibt's doch gar nicht Was du kannst, kann ich auch Habt ihn mal getroffen wahrscheinlich, oder? Man Okay, so geht's nicht Das heißt, ich muss nochmal Karacho rüber Und an dem scheiß Idioten da vorbei Hier würde er nie reinkommen, oder? Okay 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 So war er wieder klar, Andi Mei, fall doch mal um Boah, was ist denn das? Heftig, Mensch So, jetzt gehen wir nicht auf die Eier her Kann doch nicht wahr sein So Boah Wieder schon dreißig Oh mein Gott Und das Gegner So sind bestimmt Gegner, oder? Geht jetzt mal da ganz langsam runde Schauen wir mal, ob die anvisieren kann Okay, kann man anvisieren Oh mein Gott Oh Gott, ich werde sterben Boah, was ist denn da schon wieder? Oh, wieder so einer Ach, komm her Schnuggi, komm her Da kann man ja gleich mal irgendwie Hinten reinwürgen Der richtig weh tut Nur mehr Oh, der Schnauze Wie ist denn das hier alles? Die Cloud, oder was? Gibt's nicht irgendwo ein Bonfire? Okay, das ist das von außen Einfach mit Gewalt Mit Gewalt geht alles, Leute Pure Gewalt So, hinten liegt auf jeden Fall Loot Aber Ach, scheiß Wir werden bestimmt wieder überfallen werden Wahrscheinlich von einem von den zwei Viechern hier Oh Gott Wo kriegt man den rostigen Minzenscheiß? Okay Die sitzen nicht schlecht gegen Fürs Finderglück Aber wenn ich das jetzt immer Dann kommen die Gegner 100% Schauen wir hier nochmal ein bisschen rum Boah, ich hände mir 42.000 Seelen rum So Okay, hier ist keiner gekommen Gott sei Dank Okay Da ist Boss Wenn da Boss ist Muss irgendwo Ein Bonfire sein Dass man da schnell wieder hinkommt Oder irgendwie ein Shortcut Oder irgendwas muss hier noch sein Irgendwas ist hier Schauen wir mal Ob hier so ein komischer Engel irgendwo Hängt Nein, ich hab's gewusst Ich hab's gewusst Ich hab's gewusst Ich hab's gewusst Komm, ich mach dich hier draußen Komm her Jetzt Papa, komm Dann Okay Ich hab's gewusst Dann Das war's für heute. Das war's für heute. Das Schnauze. 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 um großschild geil so eine andere mit meinen arsch treten schnauze ist alles gewesen ok es ist auch eine mimic hier sieht man nämlich gar nicht so jetzt sieht man jetzt an der kette nicht jetzt kann man aber erkennen ob sie sich bewegt ok glut ist jetzt hier gar nichts mehr irgendwie ein shortcut oder das kann ja nicht der weg sein zum boss es muss doch irgendwie einen schnelleren weg geben jetzt muss ich mal hier schauen vielleicht gibt es hier noch irgendwie was ne schaut nicht so aus da oben ist noch irgendwas da gehen wir jetzt nicht rein nicht mit 57.000 seelen ok ich würde sagen wir gehen dann in der nächsten folge rein ich bedanke mich rechtzeitig fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst natürlich ein abo da und ansonsten schauen wir uns in der nächsten folge dann den boss an ciao euer andy das 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 ist das 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 das